Weil ich möchte, dass Menschen, also dass es denen gut geht, und ich möchte denen das geben, was ich auch gerne haben möchte, wenn ich in der Situation bin. Also die Hilfe, die Unterstützung, die Akzeptanz, das ernst nehmen. Das möchte ich für die Menschen haben, was ich in Hilfesituationen, in Bedarfssituationen dann selber auch erwarte. Wenn sie in einer solchen Konflikt-Situation wäre, dann würde sie helfen, wenn sie in einer solchen Konflikt-Situation wäre. Du verstehst? Wenn jeder von uns in eine schlechte Situation kommt, wenn sie einen Auto-Akzept haben, dann ist sie hilfreich. Sie brauchen Hilfe. Und Heike gibt in einer solchen Situation Hilfe und Unterstützung zu Menschen, die einen Auto-Akzept haben. Und sie macht das auch, weil wenn sie ein Auto-Akzept haben würde, dann würde sie auch erwarten, dass jemand ihn in der gleichen Weise behandelt.